So Leute, jetzt begrüße ich euch mal zum neuen Vlog und diesmal gab es heute morgen keine Begrüßung, denn die habe ich mal wieder vergessen. Wir sind wieder auf dem Hockenheimring am Sonntag, dem heutigen Tag. Und es hat mega viel Spaß gemacht, ich habe so viel erlebt, ich habe so viel gesehen. Videos, Bilder dazu seht ihr einfach jetzt. Das ist doch ein paar Läden. Da ist es hier. Das ist ja auch ein paar Läden. Das ist ja auch ein paar Läden. Ich habe es heute durchgemelding. Auch wir haben schon wieder den Heiligen Tag. Für Melvin den Groß kommt es ihm das jetzt erst entgegen, sei es grenzwertig da. Aber wie die Huracan und Christian Egelhafen als startbarer Rollifier, der am Freitag freistellig jetzt die Glanzzeit hier gebracht hat, als er den gesamten Feld mal richtig einen eingeschenkt hat, aber... Für Melvin den Groß! Der Zumbrach der Stamil der Stamil der Stamil vom Körpers! Der Stamil vom Körpers! Der Stamil vom Körpers! Der Stamil vom Körpers! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.